Samurai ist gut. Samurai hätte ich jetzt tatsächlich sogar genommen. Ich finde, es sehr cool aussieht. Ich habe sogar Gesicht und Haar. Ach so, äh, lol. Ich bin aber ehrlich, so dieses Gesichter anpassen und so, das ist alles... Späck, ey. Ich habe einfach rote Haare am Körper. Ach so, ich kann mit dem Bogen schießen. Was ist das? Blocken? Ey! Nimm dein Schwert. Was ist denn jetzt das Schwert? Wo ist denn da... Ich habe mein Schwert verloren. Ich habe mein Schwert verloren. Ich habe mein Schwert verloren. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ih, du bist hässlich, du bist hässlich. Ach du Scheiße. Eklig. Okay, warte mal. Wo ist denn mein Schwert hin? Wo ist denn mein Schwert hin? Ich dachte, wir machen hier nur Devran. So, was ist jetzt los? Jetzt liegt der da im Dreck. War das... Ach, das war bestimmt ein... Das war gar kein richtiger Tod. Das war... Der musste mich töten. Wetten. Ist das hier Nikita oder wie die heißt? Ah, Nikita war das andere Spiel. Ach man, hier eine Cutscene dauert hier einen halben Tag. Mann, ich will einfach nur zocken. Wo ist jetzt meine... Wo ist jetzt mein Schwert hin? Ach, jetzt ist es wieder da. So, okay, let's go to the mall. Öffnen. Ja, genau, hier war ich schon mal. Lange brauch ich einen Baum, um so zu wachsen. Keine Ahnung, vielleicht drei oder vier. Man sieht so meine roten Augenbrauen, Alter. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich weiß, dass ich ihn theoretisch umhauen kann, aber ich glaube, wir lassen das lieber. Jut, 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 jut. Okay. Ei! Ja, das war fast ein One-Shot. Oh, sch... Er hat mich aufgeschlitzt. Warum sitzt hier der Weihnachtsmann? Ach, Kalle. Ich bin auch Kalle. Zack, den haben wir. Easy Snack. Ach man, ich saufe immer. Ich bin schon wieder gesoffen. Habt ihr es gesehen? Ich habe wieder Vierecke gedrückt. Ich denke immer, Vierecke ist schlagen, aber Vierecke ist nicht schlagen. Vierecke ist saufen. Ach man. Und dann hat er ein Schild. Und dann mache ich so. Und dann mache ich so. Und dann mache ich... Oh, jetzt ist es ein Problem. 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 Jetzt fühlst du auf die Fresse. Hast du gesagt? Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Zack. Und dann legst du auf den Boot. So, wo sind deine Freunde? Zack. 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 Das hätten wir. Ja, auf mich zuzurennen. Das braucht keiner. Und... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Saufen. Ich denke, mein Angriff ist... Oh, sehr gute Verteidigung. Jetzt habe ich mich mal verjagt. Du, hör mal. Komm, der piekst da wieder von hinten. Jetzt hat er mich abgeschaut. Oh, ich lebe noch. Ich bräuchte mal was zu trinken. Bis alle. Der hat jetzt die Flasche rausgeholt und hat gemerkt, es ist leer. We got it. We are still alive. Das Ding hat einen Doppelsprung? Krank. Es gibt Dinge im Leben, die machen mich echt sauer. Und das ist vor allem, wenn man die gleichen Fehler immer wieder macht. Oh. Ich bin gegen eine Wand. Ey, das ist unfair. Goldene Saat. Oh, ja. Das ist... Damit die Fläschchen... Äh, äh, äh. Dass ich mir Fläschchen tragen kann, oder? Bleib stehen. Alter. Habt ihr das gesehen? Das hat einen Kalabums nach vorne gemacht. Habt ihr das gesehen? Das Lamm hat einen Kalabums nach vorne gemacht. Eine Rolle. Ja, 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 ja. Was? Er hat mich gef... Ich überstehme einen Kaffee. Ei, ei, ei. Ah, nee, nee. Ich schwöre, ich hab diese Kreistasse gedrückt. Ich hab noch nie so doll gedrückt beim Scheißen, wie ich auf diese Kreistasse gedrückt hab gerade. Nur dummisch Arschloch, ey. Ja, jetzt holt ihr wieder eure Brüder. Saufen. So, und jetzt kommen wir leider an die schlimmste Stelle im Spiel. Here we go again. Na, komm. Das ist halt so eine freche Scheiße. Okay, du bist sauer. Ich hab's verstanden. Ich muss saufen. Ich find' den weg. Oh, ja. Ja, ja, gut. Sauvie. Ich hab' den schon ein Drittel ab, wird so. Oh, ich dachte, der springt runter, der Auto. Der nicht. Mann, ey, ich hasse dieses Drecksgame, Digga. Ja, machen wir noch mal. Digga, was hat der denn für eine Range? Das muss doch nicht sein. Ah. Ach, die leppelt doch die Popperze. Ja, aber ich kann den, schaff ich. Lass mich. Ach, jetzt, jetzt. Ich muss. Nein. Später. Genau, die meine ich. Ja, das muss jetzt nicht sein. Da sind doch extra die Wölfe, wie sie hausten denn auf mich drauf. Das muss nicht sein. Also, das ist auch irgendwie. Auch das ist jetzt ungewöhnlich schlecht. Da bin ich sehr tot auch wieder. Ich weiß noch, als ich bei Dark Souls 1 den ersten Boss geschafft hab, wie ich mich gefreut hab. Die Frage ist, macht das Sinn, vorher quasi wirklich so ein bisschen zu trainieren und noch was anderes zu machen und ein bisschen zu leveln? Wisst ihr, wie ich mein? Das Gefühl, ich hab so wenig Leben, dass ich in zwei Hits gefühlt tot bin. Und den find ich ekelig, den Schlag. Den Drecksgames. Na, na, na. Und wir sind tot. Junge, ich hab doch Kreis getrunken. Oh. Wo sind meine Wölfe? Ich hab die doch grad angerufen. Ich hab meine Wölfe angerufen, die kommen einfach nicht. Ich hab Klingelingeling gemacht. Das ist so eine absolute hodenlose, also wirklich frech, ist gar kein Ausdruck mehr. Ja, komm, dann mach ich die Rolle und den Flip. Na, Kiva? Scheiße ist das. Ich glaube, wir müssen hier nochmal weg. Wir sind hier einfach ein bisschen too early. Wir gehen nochmal zur Kirche und wir hauen mal so einen fetten Ogre weg. Ah, weißt du was? Ich weiß, dass links auch noch einer ist. Der hat sie auch richtig eigentlich, mein Freund. Blutverlust. So. Genau, jetzt hab ich nämlich die nächste Asche gefunden. Die kann ich jetzt wechseln mit den Wölfen. Kann ich mit den Wölfen jetzt durchwechseln, glaube ich. So, und dann würde ich sagen, haben wir 900 Seelen. Hier ist nämlich jetzt auf. Wir sind Drohnen, Karne, nicht Seelen. Mann. Halt bitte rein, Schnauze. Stufenaufstieg können wir ja gerade machen sogar. Dann gehen wir nochmal auf Kraft. Die scheiß Katze hier, die haben wir auf jeden Fall schon mal besiegt. Okay. Okay. Muss ich gleich den Hacker machen. Komm her. Das war Quatsch, ne? Laufen. Scheiße. Okay, der hat halt sofort zum Hohlshit. Hä? Ich schwöre, ich springe. Ja. Ach, komm. Junge, einfach draufgehauen. Draufgeschissen mit null Leben. Einfach draufgehauen. Ich hab jetzt 3.300 Seelen bekommen. Ich denke, das ist gutes Loot. Und wir haben diese Dings bekommen, ne, von ihm. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch hier noch den hier. Und einen zauberartigen Geist dabei. Ich kann die jetzt hier, gut. 310. Könnte ich die jetzt verbessern. Und jetzt bräuchte ich 1.000. Und wir können jetzt echt runen farmen gegen die Soldaten hinten. Au, au, au. Alle kriegen jetzt schon wieder Panik, weil ich nicht blocke, weil ich nicht ausweiche. Aber wir wollen eh nur Seelen fahren. So. Stufen Aufstieg. Jetzt brauchen wir 1.200. Und die können wir uns auch zusammen farmen. Siehst du, das geht auch schon langsam viel besser. Da kann man auch das Kämpfen so ein bisschen trainieren. Guck mal, wie ich die zerfleische hier mittlerweile, die Boys. Das ist ein ganz normaler Reiter hier, glaube ich, ne? Ist doch die Fresse. Das war wichtig und richtig. Uns war fast tot. Aber wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen Lammkotelett. Wer redet denn da mit mir? Wer, 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 wo? Bist du im Baum oder was? Wo bist du denn, du Affe? Hä? Hat der gerade Kalle gesagt? Hä? Nee. Hä? Wo ist der denn? Halt die Fresse! Wo bist du denn? Die verarscht mich. Ich kriege Aggressionen. Wo bist du? Ziemlich verarschen, Alter. Arschloch, Alter. Es ist mit dem. Es ist mit dem. Also, der hätte auch aus unserem Busch mal rauskommen können. Dann hätten wir das Problem nicht gehabt. Was heißt denn, ey, WTF, Junge? Ich schnetze hier alles nieder. Ist hier nicht mein Little Pony, Alter, wo alles hier gestreichelt wird? Ja, scheiß Vögel. Weg mit dir, Digga. Also, was versteckt er sich denn da im Busch? Hm, kennst du ihn nicht? Ist aber schon eine schöne Landschaft. Auch der Turm sieht geil aus da. Ich finde es sehr cool, dass man hier einfach so rumlaufen kann und alles entdecken kann. Überall irgendwelche Leute sich in Gebüschen verstecken. Das finde ich sehr nice, muss ich sagen. Alarm! Also, meine Freunde. Es ist sehr wichtig, dass ich hier nicht sterbe. Deswegen habe ich lieber meine Freunde gerufen. Äh, Wanderers. Greif den mal an. Und jetzt rauf. Alle auf einmal. Erz verdient. Schnell an so ein Lagerfeuer und saufen. So, jetzt gehen wir auf 18. Und jetzt müssen wir den Flegel doch tragen können, right? Geil. Warum nicht? Das muss ich machen. Aber ich kann auch so machen, oder? Dann kann ich ja durchswitchen. Das ist auch smart in meinem Ass. Weil diese Keule, Junge, die würde jetzt schwungen. Au, au. Schön saufen. Kann ich auch sagen, ich mache Schwert und Flegel. Ja! Das heißt, ich kann es so machen, ich kann es so machen, ich kann es so machen und ich kann es so machen. Autsch! Und so. Und man kriegt auf die Fresse. Ich komme auf dich zu. Der wollte gerade seinen Horn blasen. Aber hier wird nicht erblasen heute. Ja, das ist mein Playstyle. Oh, ich habe einen Soldatenhelm bekommen. Also jetzt langsam kommen wir in den Grind rein, ne? Er will nämlich, dass ich hier hochgehe. Wie, was? Wie weit schreist du denn? Ich habe eh nur 100 Seelen. Okay, interesting, wie viel der ausfällt, to be honest. Jetzt haben wir probieren. Die machen dem schon ein bisschen Schaden, dem Dreh. Easy. Also easy nicht, aber easy. Ja, wir haben jetzt ein bisschen geübt. Ich würde es uns überlegen. Hier an die, an den Ambots. Voll gucke ich mal, kann ich bei ihm was verkaufen? Heute eine Runde bringt 400. Die bringt 50 pro. Und hier, das kann ich auch verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Wenn ich jetzt hier die Waffen verstärken will, dann kann ich das machen. Ah, jetzt habe ich aber nur einmal das eine. Ich brauche diesen Schleifstein, oder was das da war, ne? I see. Achso, jedes Level kostet jetzt 1000. Egal, was ich leveln will. Alles kostet dann jetzt so viel. Sollen wir den nochmal versuchen jetzt? Wollen wir mal, ob wir den jetzt schaffen. Ich glaube, die sind immer noch besser. Die Wölfe. Ja, natürlich machst du dann einen Roundhouse-Tick. Ups. Der hat ja eine Schwachstelle, ne? Dieses, was so aufläuft. Oder ist das... Ne, das ist nur die Markierung wahrscheinlich, ne? Das ist die Markierung. Der haut jetzt um sich. Aber nochmal. Jetzt hört er seinen Hammer aus und wir werden wir auf die Fresse nehmen. Okay. Okay. Diesen Schlag haste ich mir die Pest. Okay. Ja klar, schubst mich runter. Er schubst mich runter. Natürlich. Ja, also dieses... Der zaubert sich dann ein Schwert aus dem Rücken. Was ist das? Ja, gut. Schwierig. Manchmal hat er so Bock, mir richtig aufs Maul zu geben. Ja. Und dann... Das ist doch... Was haben diese Entwickler sich dabei gedacht? Dass sie den Leuten an dieser Stelle schon sagen, gut, also dieses Spiel wirst du nicht durchspielen. Wahrscheinlich sollte ich sogar warten mit denen. Ja, und ich spring da halt die ganze Zeit rein. Wieso kann ich nicht auf den einprügeln, wenn der auf dem Boden liegt? Wieso kann er das? Aber ich nicht. Wieso kann er das? Oh, Junge. Wieso ist der jetzt tot? Es spießt mir zu einfach.